Bremen 1, die Chronik. 30. April 1938. Heute vor 80 Jahren wurde der Komiker und Alleinunterhalter Phipps Asmussen geboren. Markus Rudolf. Beginnen wir mit einer Lesung. Heinz Strunk liest aus seinem Bestseller aus dem Jahr 2004, Fleisch ist mein Gemüse. Ich glaube, dass es schwer ist, einen souveräneren Menschen zu finden als Phipps Asmussen. Ihn kann gar nichts mehr erschüttern. Phipps ist Witzeerzähler. Keine Stand-up-Comedy, kein Cabaret, keine Polizatäre. Nein, Witze. Und zwar einen nach dem anderen. Wie jeder Amerikaner einmal Elvis gesehen haben sollte, müsste eigentlich jeder Deutsche einmal Phipps Asmussen live erlebt haben. Nicht jeder hat ihn live erlebt, aber an seinen Witze-Kassetten ist kaum einer in den 70ern und 80ern vorbeigekommen. In fast jedem Plattenladen lagen sie an der Kasse. Frohsinn auf Knopfdruck. Herr Sorte-Amerikaner, wir waren schon auf dem Mond. Herr Franzose, wir fliegen demnächst auf den Mars. Sagt der Ostfriesen, wir fliegen demnächst auf die Sonne. Dann die beiden hier, dein Affe trägt wohl ein Kold, was? Das ist doch viel zu heiß. Ja, wir landen ja nachts. Phipps Asmussens Welt ist gut sortiert in genau definierten Klischees. Dumme Ostfriesen, faule Beamte, peinliche Arztbesuche und strenge Hausfrauen, die ihren betrunkenen Mann mit dem Nudelholz in Empfang nehmen und sich später im Bett verweigern. Wenn man sich heute einen seiner Auftritte ansieht, fühlt man sich sofort zurückversetzt in deutsche Partykeller, in denen die Kreuzberger Nächte lang waren und Erwin der Heidi von hinten an die Schulter packt. Die wild gewordene Witzmaschine im Leerlauf der guten Laune, das schelmische Schleudertrauma des deutschen Humors, die Ulknudel mit dem Kopfpudel. Phipps Asmussen. Über die Scherze von Oliver Kalkofe kann Phipps Asmussen ganz entspannt lachen. Geboren wurde er als Rainer Priest, machte auf Druck seines Vaters seine Schriftsetzerlehre und ging später in die Werbung. Als er dann Gesangsunterricht nahm, war er fest entschlossen, Sänger zu werden. Ende der 60er eröffnet er die Kabarettkneipe Violette Zwiebel in seiner Geburtsstadt Hamburg. Das Publikum zeigt ihm dort deutlich, was es von seinen Sangeskünsten hält. Wenn ich gesungen habe, dann sind die rausgegangen zum Pinkeln. Wenn Asmus wieder Gags erzählt, dann kommen wir wieder rein. Und so bin ich also irgendwie von der Musik runtergekommen zu nur dem Sprechen. Und so tourt er nun seit fast fünf Jahrzehnten mit seinen immer gleichen, häufig genug politisch unkorrekten Witzen, die wir schon von seinen Kassetten kennen, durch die Republik. Da macht seine Frau neulich am offenen Fenster frei Übung, sagt er. All der, zieh die Gardinen zu, so Dinge wie Nachbarn. Ich hätte dich nur wegen deines Geldes geheiratet. Witz komm raus, du bist umzingelt von Phipps Asmussen. Deutschlands letzter hauptberuflicher Witzeerzähler wird heute 80 Jahre alt. As time goes and by Bremen 1